Haben Sie ein defektes Notebook? Funktioniert Ihr Gerät plötzlich nicht mehr? Oft stellt einen der plötzliche Ausfall des Notebooks vor echte Probleme. Wir haben die Lösung mit unserem bundesweiten Express Reparatur Pickup & Return Service. Gehen Sie einfach auf www.notebooksreparatur.de und füllen Sie dort das Formular aus. Danach erhalten Sie sofort ein DHL-Versandlabel für Ihr defektes Notebook. Noch leichter geht es, wenn Sie es von DHL kostenlos direkt von zu Hause abholen lassen. Damit können Sie Ihr defektes Notebook sicher verpackt dann zu uns schicken oder auf Wunsch können Sie es auch von DHL bei Ihnen abholen lassen. Sobald DHL das Paket bei uns anliefert, befassen sich umgehend unsere kompetenten Techniker mit Ihrem Notebook. Dieser setzt sich nach der Analyse noch am selben Tag mit Ihnen in Kontakt, um Ihnen die Vorgehensweise zu erläutern. Nach Ihrer Zustimmung zur Reparatur wird diese auch gleich vorgenommen, sodass Ihr Gerät möglichst am selben Tag wieder an Sie zurückgeschickt werden kann. Schon nach kürzester Zeit erhalten Sie Ihr Notebook repariert zurück. CLS ist seit 24 Jahren Ihr Partner in Sachen Express Reparatur. Kompetent, schnell, zuverlässig. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Seite www.notebooksreparatur.de Das Notebook funktioniert wieder. CLS sind die Besten. Ihr bundesweiter Express Reparatur Pick-up und Return Service.